Was geht ab, Leute? Euer FRAPS ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ihr seht gerade selber im Hintergrund, der Shop hat sich aktualisiert. Ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, gebt natürlich gerne den Support-O-Creator-Code von mir ein. Würde mich persönlich mega freuen und natürlich gerne ein Abo dalassen, wäre auch echt cool von euch. Dann würde ich aber jetzt sagen, vorne genug gequatscht, checken wir doch mal direkt den Shop aus, was sich hier alles so aktualisiert hat und dabei fangen wir erstmal auf der rechten Seite an. Auf der rechten Seite haben wir einmal die Arctis-Assassinen für 1200 V-Bucks. Mega geil. Nein, ist es nicht. Also lasst dir mal die Finger davon. Dann haben wir hier nochmal Weitschuss. Ich finde die weibliche Version ein bisschen cooler in diesem Türkis. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Habe ich mir auch nicht gekauft gehabt. Gefällt mir nicht. Dann haben wir den Quietscher da. Quietscher ist mega geil. Feiere ich auch vom Sound her und so. Richtig, richtig cool. Heute haben wir sehr viele neue Sachen im Shop. Einmal haben wir Assassine für 300 V-Bucks. Können wir gerne mal auf den ganzen Waffen uns anschauen. Finde ich auf jeden Fall cool. So in diesem Schwarz-Chrom-Optik. Sieht auf jeden Fall echt fresh aus. Wird sich hier mit Herz gegönnt, Freunde. So, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt mal weiter anschauen. Wir haben hier Kugelsicher. 2000 V-Bucks. Okay, wir sollten am besten den Skin ändern. Dazu nehmen wir einfach mal den OG John Wick, um uns das Ganze dann genauer nochmal anzuschauen. Weil, ihr habt ja selber gesehen, mit diesem einen komischen Skin konnte man das Ganze jetzt nicht gut sehen. Oh shit, das ist echt cool, Leute. Gefällt mir. Geiler Emote. Wird sich hier gegönnt. Und 200 V-Bucks ist vollkommen fair. Dann haben wir nochmal, ich seh dich doch. Oh shit. Das ist auch richtig fresh, Leute. Wie gesagt, 200 V-Bucks auch dafür ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir nochmal den einfachen Vorschlaghammer. 500 V-Bucks. Mega geil. Wird hier mit Herz gegönnt, Freunde. Feier ich zu Tode. Dann haben wir nochmal natürlich das Highlight heute im Shop. Und zwar John Wick. Ja. Hier seht ihr es im Hintergrund, Freunde. Das ist der Ehrenbruder John Wick. Wow, Digga, die zweite Version mit diesen Einschusslöchern sieht übelst fresh aus. Guck mal, am Bein, links oben in der Schulter. What the fuck. Geil. Ohne Witz. Okay. Holy moly. Also Rücknassessor ist auch geil. Appentätertasche. Ähm, feier ich. Also Real Talk feier ich. Klar, Leute, das kommt jetzt nicht an den OG John Wick dran. Aber das ist ja der aller, aller echte John Wick. Wisst ihr, wie ich meine? Der andere John Wick ist ja nur so ein Möchtegern-John Wick. Und das ist der aller, aller echte John Wick. Naja, wird sich hier auf jeden Fall gegönnt. Man muss halt ein paar Mal Investitionen machen. Das ist so eine Investition. Das ist ja nur begrenzt da. Dann wird es jetzt vorerst mal entfernt. Und dann kommt das wahrscheinlich nicht so oft wieder in den Job. Beziehungsweise kann sogar selten werden. Dann gibt es, soweit ich noch weiß, die ganzen Challenges dazu. Aber dazu wird dann nochmal im Laufe des Tages ein Video kommen. Oder ob da die Challenges jetzt da sind oder ob der Spielmodus da ist, ist da. Das werden wir uns später nochmal anschauen. So viel auf jeden Fall voraus schon mal dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Wäre auch mega geil. Ich wäre nochmal raus. Haut rein. Geht in den Flow. Euer Fraps.